Ja, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Frank Messerer, bin seit 25 Jahren auf der Tour unterwegs, habe Marc-Rosé zu den Olympischen Spielen betreut, Thomas Muster zu Nummer 1 der Welt, Roger Federer und noch einige andere. Und jetzt stehe ich hier bei den Luventi Open in Halle und darf für Tennis Point die Schläger der Spieler machen. Ja, das Wichtigste ist natürlich, die richtige Beseitungshärte zu finden für den Spielertyp, für den richtigen Schläger und das dann auf den Spieler abzustimmen. Ja gut, wir haben natürlich die verschiedenen Beseitungen. Mit den Seiten ist das Thema. Wir haben Naturdamen, wir haben monophile Seiten, wir haben multifiele Seiten. Und dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Materialien in den Seiten. Und viele Spieler spielen ja Mixturen, wie man hier auch sehen kann. Zum Beispiel bei Sascha Zverev spielt eine Folie längst mit einer Darmseite quer, mit einer speziellen Beseitungshärte, längst etwas weicher wie quer und dadurch natürlich mehr Rotation an den Ball zu kriegen. Und das kann man dann mit den schönen Abstimmungen der Seiten auf jedem Schläger auch dann spezifisch abstimmen. Ja gut, wenn so ein Express-Racket kommt, zum Beispiel gestern von Nishikori oder auch von Sascha, dann muss es schnell gehen. Da können wir natürlich unter 15 Minuten beseiten. Können auch mal schaffen, wenn wirklich Druck da ist, 10 Minuten. Aber der Schnitt sollte so liegen zwischen 15 und 20 Minuten, um die Qualität auch über den Tag hoch zu halten, weil wir machen ja jeder hier zwischen 20 und 30 am Tag. Deshalb sollte die Zeit nicht immer alles sein, sondern die Qualität. Ja gut, man sollte es so sagen, wir werden dieses Jahr hier einen Rekord schaffen. Wir werden über 500 Beseitungen hier machen, nur für Spieler. Und da sind natürlich so Leute wie Sascha Zverev, der ganz weit vorne steht, oder Rubelev. Da werden wir so irgendwo zwischen 25 und 35 Schläger in dieser Woche alleine machen. Ich habe meinen Rekord mit 81 Schlägern mit Zverev in Köln bei den zwei Turnieren. In zehn Tagen 81 Schläger war mein Rekord bis jetzt. Ja gut, wir haben natürlich die Situation, viele Spieler möchten gerne morgens früh ihren Schläger gemacht haben, kurz vor dem Match. Zum Beispiel Sascha möchte wieder ganz kurz vor dem Match. Teilweise bringt er Schläger im Match. Dann haben wir natürlich Spieler, wie zum Beispiel Thomas Muster, 43 Kilo in Australien. Da musste ich eine Tiefkultur holen, um die Schläger einzufrieren. Das war so mein Highlight. Ja und da gibt es natürlich wie Dustin Brown, der dann 37 Kilo auflegt. Also es sind schon spezifische Spieler oder Mandarino mit 16,5 Kilo. Das sind so Sachen, da schüttelt man dann mit dem Kopf als normaler. Und wir sagen, das ist hier auf dem Turnier üblich. So, ich kann euch allen nur den kleinen Abschluss geben. Achtet auf eure Beseitungen und geht ins Fachgeschäft. Bei Tennis Point erwarten euch die Experten und eins ist wichtig. Es ist wie ein Auto. Wreck it like a car. Und jedes Auto funktioniert nur mit einem guten Motor. Also die Karosserie alleine nicht. Die Beseitung ist der Motor. Also viel Spaß beim nächsten Beseitungen. Und das ist wie ein Auto. Und das ist wie ein Auto. Und das ist wie ein Auto.